ob dich böse und jetzt also war sie böse und jetzt wieder so komisch er weiß ja nicht vielleicht wie dir selbst von ihm das kontrolliert oder so etwas mit der bin ich gespannt bin ich definitiv gespannt was bei der dann aussehen wahrscheinlich ja die seh die ganze zeit ja uhr lieb und alles drum und dran aha okay geht zum anderen geht zum anderen das ist sehr gut der schauer wieder aufdeckt die so viele kars gibt das sich oder 120 130 140 huftzeichen vielleicht kann ich bei dem bricht das alles abgeben die ganzen klaren fischer das kinderzeit hätte mal gesagt habt den roten hammer genau den roten hammer gesagt zu dem rufzeichen gehe ich mal liebend gern und schau mal dass da mal wieder so alles abgeht vielleicht einmal wieder gehen oder das geht sie auch ist das wäre geil gewesen wir sollten mal auch wieder zu dem dreh hingehen und vielleicht einmal auch wieder was abgeben damit wir wenigstens ein bisschen stärker wieder sind weil vielleicht können wir dann auch endlich die speed irgendwas dagegen tun dass wir da vielleicht dann doch ein bisschen schneller werden könnten es wäre aber wer sind und das mit amy wir auch nicht schlecht wenn man machen ja das mit amy wir auch nicht schlecht das ist fragen ich dann aber wieder unterschied wie das sein wird schau dass die aber nicht reden können hätte ich gefeiert oder wenigstens sonnig zumindest ja definitiv mit dem tempo hallo nur zweite stufe erreicht bruder wie soll ich darf 99 kommen also was zwar nicht wie viele dinge ich da jetzt abgegeben habe aber rät ruhig weiter das wird mir aber interessieren also ok dann rät halt nicht weiter wie oft kann ich das jetzt machen wie viele von den däppern habe ich jetzt abgegeben ein bisschen ein bisschen ringe vielleicht auch noch erhöhen sicher aber hauptsache tempo hauptsache tempo ah ok passt dann wissen wir mal bescheid sobald er aufhört mit uns zu reden dann wissen wir mal definitiv bescheid das wird mir jetzt aber wirklich interessieren also kann es vielleicht sein ja also es sind gerade mal so zwei stufen aber ich habe irgendwie so das gefühl dass da jetzt ein bisschen was gegangen ist also schneller also das geht jetzt nicht mehr raus ich weiß nicht ich habe so das gefühl da ist was gegangen weg von mir oder alter wann explodiert der hauver ok bist du da der braucht ja eine ewigkeit bis der explodiert äh müsstest du mir schon mal sagen was ich zu tun habe hauver schön dass du mir das zeigt so ja ich bin da aber wenn ich da nichts machen kann kann ich mir vielleicht scheißen gehen ich würde mal sagen machen wir mal Amy machen wir mal Amy wegen dieser Erinnerung und alles weg weg ja jetzt wissen wir aber schon mal wenigstens bescheid wie wir gegen ihn ankommen jetzt wissen wir mal schon wenigstens bescheid weg einfach chillen halt das sind ja hunderttausend kugeln oder what the fuck ich frage mich da wo ist doch endlich mal dieser Schatten doppelgänger oder irgendwas tiefgeier ich da halt extrem ich warte die ganze zeit auf meine scheiß Schatten doppelgänger jetzt ist ein Arsch jetzt ist er definitiv ein Arsch und die Dinger da frage ich mich auch wie ich die krieg ja wenn wir es noch nicht gemacht haben würde mich interessieren oba ja das muss man schon sagen wie erst das ich da hüpfen soll die Dinger jetzt bin ich aber gestern 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 hey ich mein eins weniger wow kannst mir nicht sagen was ich zu tun hab na legt mir mal weisch ja das doch mal wenigstens sagt so ja gehst mir da bitte auf oder das oder das nix was ist da los plötzlich die ganze Zeit wirds Ute alle anzeigt und jetzt so so quasi auf gut der schweigt dich oder weil ich vielleicht die ein oder andere Fähigkeit noch nicht habe deshalb vielleicht das kann es auch sein die diese arme mutter sucht ihre kinder kannst du sie zurückbringen aber klar hmmm Nebenquest aaaah sehr gut so quasi auf gut Deutsch Nebenquest Drei Minisonics oder was? oder Leben na du mal da leg mir mal weisch muss man ja schon sagen weisch schön dass ich da auch noch Leben verliere ihr lustigen die lassen auch noch Bomben da alles klar kann aber nicht schnell machen gut zu wissen gut zu wissen also ich kann nicht die Speed Force aktivieren Speed Force aktivieren Gibt's nicht so viel irgendeine Essung ja genau oder ich krieg die ganze Zeit jenen Chaos Emerald geschenkt in den Arsch geschoben würde ich jetzt immer eher sagen Bin jetzt schon beim dritten jeden Tag gehabt wir brauchen sicher mindestens ein paar mehrere Stunden die kriegen ja wirklich die kriegen wir wirklich wortwörtlich in den Arsch geschoben Ich hoffe sie zählen als Punkte dann für ein Turbo Modus das wärs also ich glaub dann können wir mal definitiv glaube ich schneller von A nach B kommen wenn das auch in den jeweiligen Missionen auch so wäre dass das halt Einfluss hat mit den Stufen wir suchen weiter es verhält sich als wäre das alles nicht passiert wissen wir überhaupt was das war aber ich spüre eine Art Abschluss Trost seltsam gehen wir weiter ich will hier schnellstmöglich weg ja guter Plan ja guter Plan irgendwie ja irgendwie lieb aber auch irgendwie komisch also wenn man jetzt nicht die Mission ja